Hallo und Herzlich Willkommen von heutigen Rumsichter mit dem XXL Bus Ich muss noch mit dieser blöden Karre wegkommen Ja, ich fahre mal von XXL Und 9 In Hartmut Ne Uraltsdorf 23 Uhr Nach Hartusmark Deutlich zu lange So, mal die Eingabe eingeben Eingabe Ja, ich bin zu rechten Winkel wartet 5 5 1 0 Und Gabe In Richtung Hartzmark Haltzdorf wird nun aufstehen Lo hat denn meine Die Die Tops Die 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 Ja. Ich kann aber mit der Klimaanlage herumfummeln. Gibt's ja keine. Ja. Ich soll mit der Klimaanlage herumspielen. Ach so da ist die Klimaanlage. So. Wann warm wird. Das war so ein Fauntwärm. Richtig interessant ist. Klimaanlage. Hallo. Moin Moin. Hi. Euro. Uhrzeit. 23 Uhr. 50. Aber ich habe mehr erwartet. So. Niemand möchte rein. Heute mit dem XL Bus. Und leider plan ich links fahren. Leider tut mir leid. In fast mit dem Tops. In fast mit dem Tops. Und über herein. 14 Uhr. Und下. Das war gereinigt. Im Mind. Im Aus телефaal. Untertitelung. Im Austritts. Test ab So, mach mal so Halkonenstraße So, mach mal so Langsam Mach mal überschreiten, das ist ein Problem So, wir rekenen, streng, ausstreng Wilhelm mit Gerst Grazie Moin Moin Jo, was geht ab Warte, mit dem Excel-Bus Gamm, gamm Die Fortale Spannungsprobe Flрост Mitländel Rechte Autos An Tätchen Tätchen Durch Spass Ich hab' closure Mh 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 Ah, so rennt sich die an. 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 So rennt sich die an. Einsteigen. Aber doch, das wäre durch. Mit der Winterhude Markt. Tede 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 tede. Ja, da würde ich mal raussteigen. Bitte Papi. Ich verrichte durch. Ich verrichte. Ich verrichte. Ich verrichte. Jetzt, ich verrichte. Ich verrichte. Ich verrichte. Komm, du nier, bitte. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Oh. Hallo. Hallo. Einsteigen. Du Sirichstraße. Die Umsteigenmöglichkeit zu im Gewerb vertreten. Mann, wie passend sie denn? Mann, wie passend sie denn? Auf alle Spuren. Dieser Bus fährt in Richtung Rathausmarkt. Exitiervolle Film. Bist du? 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 Leider... Ich muss leider so lenken ein bisschen. ich bin ein profi geworden ich bin ein ich nummer das das . . . . . . . . Gute Zeit bei house change. Dedeedeedeedeedeedeedeedeede Dedeedeedeedeedeedeedeede 6ER 1. Heather ich seh's auf Maria Gastloisen Straße! Du fährst mit ein Noob auf Rommäule! Wie fahren Sie denn?! Du musst ja bremsen! Wie fahren Sie denn?! Wo haben Sie gern Ihren.'" Puigamen Sie was Herr S thermausch haben! Mmeh, mih, 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 mih! Holt sie wieder Ihre Fräse hinten! Schau, was? Haben Sie ein Problem mit mir? Schleiß alles sofort aus! Ich gehe ja kein Einstein, kann durchfahren, den Betten, ich fahre durch, ein bisschen durch die Straße mit dem Bus der C2GXL, nächste Halbsträckbrücke, fangt euch rasen wie ein bester Jens Hotel auf YouTube, geben Sie Gas, ich hab nur Spaß, wir fahren mit dem Bus durch die Stadt, der Hammer, jedenfalls, nur Spaß. Die Führer sind nach oben geschossen, oder was? Ja, hab ich. Woher wollen Sie es wissen, Alter? Ja, hab ich da... Abwechslung Moin Moin Tag Und da ist wie man wie ein Profi fährt Um sie zwei, da kann man nur Spaß haben zu finden Und Terrasse T-T-T-T-T-T-T-T-T W-U-J-H-D ist viel Strasse Spaß Na, zu glöd Die roten Ampel muss ich nicht mehr anhalten Das ist so ein Scheiß mit dem Knopf Wie fahren sie denn? Guten Tag Moin 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 Häusern sie ihre Pilze strengt ein Spaß Als der auf Als der Chance zählt Boah, das ist superfass Der Bus liegt viel Dann Banda Klaas 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 Warum? 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 Was hat sie denn jetzt wahrscheinlich gemacht? Hallo, guten Tag. Rundfunk. 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 Ich habe keinen Profil. Ja, ich bin hier. Guten Tag. Fontaine... Und... Fontaine... Achtung, Gegenverkehr, aufpassen, XL-Bus kommt auf die Straße. Wo fahren Sie denn? Wie fahren Sie denn? Läger Siem? Haller Siem? Haller Siem? Haller Siem? Haller Siem? Hat hier keiner gesehen? Ah, ein Hochdamentor! Oh, nee! Wie fällt denn der? Was soll das? Sie hat einen Zuhörschein gemacht! Was soll das? Sie zergehen meinen Büroschein nicht. Sie zergehen mit dem Mittelfinger. Passt schon? Danke! Oh, laden! Hallo? Guten Tag! Moin Moin! Hallo? 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 Masch-Anfidemts es ist mir einstein Gänsemarkt Gästtä und wir können eine Verspätung haben eine 11-15 Minuten die Unfernstieg Wee, die first to ten U-Hardfausplatz Endstation Umstand zur Linie 688 U-Hardfausplatz Endstation U-Hardfausplatz Endstation Sieka Aterfausplatz Endstation Mit alle aufsteigen Ich bedanke Sie bei der Mitfahrt für den Ending. Danke Sie fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da und ciao.